Erstmal im Ladebildschirm, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir. Wir haben jetzt locker 3er sichtet durch, 3 Stunden. Wenn du mich schon mal gekommen bist, wir haben glaube ich noch 4 durch. Voila, wir sind zurück. Danke Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert, wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Okay. Das besetzte Frankreich. Freigeschaltet. Ach. Wie ist denn 20 Meter? Ist hier bei uns? Können wir weitermachen, oder? Nee. Äh. Gucken, wo es weitergeht. Er lädt ja schon mal. Mal gucken, was kommt. Wir haben ja noch eines, zwei haben wir auf jeden Fall. Und bis 13 geht es sicherlich durch, weil wir muss es ja, damit es da weitergeht. Für das gerne. Alles gute Bürger. Keine Ahnung. Hallo Arno oder so. Was ist los mit dir? 6 Stück erst mal kaufen. Kostet nur 10. Auf jeden Fall heißen, dass man die öfters benutzen sollte, vielleicht. Munition, brauchen wir so viel Medizin sicherlich. Die haben jetzt 75 gekostet, meines Wissens. Die Träger einmal voll machen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier zu wenig habe. Wenn das dran liegen. An den Klamotten von Topklinge. Ja komm. Bauen wir auf, auf jeden Fall auf. Könnten die eigentlich sammeln, aber... Nee. Brauchen wir sonst noch was? Eine. Ach nee, brauchen wir zwei. Okay. Kaufen wir auch. Nehmen wir mit. Sicher ist sicher. So. Dann auf, auf. Die nächste Sequenz. Das muss jetzt 8-1 sein, ne? 8-1. Okay. Wie gesagt, let's go. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meister-Assassinen sind tot. Einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tüllerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté. Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von, ähm, royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Gut. Auf jeden Fall interessant. In den Schutze des Templers, ja, aber er hat ja eigentlich Mirabeau umgebracht, damit er diesen Pakt nicht ausführt. Ich will halt wissen, wer halt denn noch dahinter steckt. Weil ich hätte nicht gedacht, dass die beiden, äh, zu uns noch halten. Sie vielleicht noch, weil sie nicht so oft vorkamen, aber jetzt so in dem Teil noch. Hm. Ich bin noch unentschlossen. Weil, Le Tutsch, Latouche, Latouche ist es. Ist auch noch da. Anlegen! Feuer! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Hm. Viva la Révolution! Viva la Révolution! Viva la Révolution! So, unser Ziel ist, da reinzukommen, richtig? Ähm, sabotiere drei Anlagen, Attentate aus der Entdeckung. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Eins. Wo ist denn Nummer zwei, Nummer drei? Okay, eins, zwei, drei. Ja, ich muss grad zwischendurch immer gehen, ey. Ist auch schon... Schon heftig. Ähm. Das wäre das Einfass da. Zu Not muss ich's hier neu starten. So. Hm. Wurde ich ja leicht entdeckt, aber ist ja nicht schlimm. Mh. Okay. Der ist da, der ist da, der ist... Komm her. Ich sollte sowieso zu den Jungs zurück. Ja. Wir sind verwendig, um das bist du tot. Na, nicht ganz. Jetzt hast du mich einmal im Blick hier hinten. Das ist super. Kannst du schon mal hier hinkommen. Pssst. Da muss ich ein Scharschützer. Ich nehme mich aber mit. Nein. Ich will den... Ich will den... Ich will den... Ich will den Sinner sabotieren. Eremi liebt. Das ist so warm. Seltsam. Den mir räumlich gleich den Ding in den Kopf. Kommt jetzt hier. Okay. Niemals. Dann gehst du da dran. Ich hab schon fast gedacht. Alter. LOL Ab nach oben. Ab definitiv ab nach oben. Woher ist der kack Schütze eigentlich? Dich hol ich mir da erstmal weg. Hepp, hepp, hepp. Hallo mein Freund. Guck mal ob du noch bei dir hast.